So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig, mal wieder ein LTB-Video. Es ist aber ein Wunschvideo. Ja, heute auf der Arbeit, da habe ich wieder ein paar Kommentare durchgelesen, ein paar habe ich natürlich beantwortet mit Smiley-Kurze. Ja, nein und sowas Geschichte. Und da habe ich eben gelesen, habe ich mal das brandneue aktuelle lustige Taschenbuch-Spezial anboxen kann. Auf dem Weg nach Hause hin, wie man so schön sagt, eine Tanke angehalten, habe das gesehen, habe ich sofort an denjenigen gedacht und habe es mitgenommen. Das LTB oder lustige Taschenbuch-Spezial Nummer 98 in Land den Pharaon für rund 10 Euro oder genauer gesagt 9,95 Euro. Dicke Schwarte, aber das ist es auf jeden Fall. Aber das Cover selbst, ihr seht, so goldgehalten, richtig cool. Gefällt mir. Aber ich kann jetzt nichts über die Geschichten sagen. Absolut nicht. Bin nach Hause gekommen, habe sie hingelegt, habe mal was anderes gemacht und habe jetzt gedacht, oh, jetzt ist es langsam spät genug. Jetzt muss ich mal endlich mal wieder ein Video machen und dann mache ich das. Ich habe zwar jetzt so ganz kurz mal hier so überflogen alles, mache die eine Seite witzig, humorvoll. Ihr seht es schon. Dann, ja, es ist interessant. Aber das ist es ja sowieso immer spezial. Dann haben wir hier natürlich Werbung, Phantom, 8.1., Ausgabe 37 und schaut mal hier in Land der Pharaon mit außerirdischen Fischen. Und wie gesagt, ich habe es, oh, das kann man rausnehmen zum Bestellen. Wie gesagt, ich habe nichts davon gelesen. Ich habe es wirklich nur überflogen. Wie gesagt, ich wollte es euch zeigen, weil es ist ein Wunschvideo. Ich kann dazu nichts sagen. Ihr müsst jetzt dazu alles sagen, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Derjenige, der es schon gelesen hat oder angefangen hat zu lesen, kann man das weiter empfehlen. Das mache ich, ihm fehlt sowieso nichts von lustigen Taschenbüchern, weil 10 Euro, ganz ehrlich, ist eine Hausnummer. Und deswegen, der eine findet das Lustige besser, der andere das Spannende. Deswegen geht das anders. Deswegen kann ich nie was empfehlen. Das mache ich auch nicht. Das wisst ihr bei LTBs. Das müsst ihr alle unter euch ausmachen. Also, wer dieses lustige Taschenbuch Spezial 98 schon besitzt, kann man das weiter empfehlen? Wie findest du es persönlich? All das schreibt es für mich und alle anderen Zuschauer natürlich in Land der Pharaon. Weil das Cover sieht gut aus, aber davon lebt kein LTB. Deswegen schreibt mir bitte alles in die Kommentare. Ich versuche es natürlich unter dem Video zu verlinken, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Sicher und bequem auf jeden Fall. Günstiger? Naja, ihr wisst es selber. Alles andere schreibt jetzt. Das war jetzt ein Wunschvideo, wo ihr euer Geld wieder lassen könnt. Rund 10 Euro, nämlich bei Spezial. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte es einfach nur machen. Das Allerwichtigste ist ja sowieso, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.